ARD Text im Auftrag von SWISS TXT Wo wie willst du jetzt ausschlüsselt? Wollen wir ein Piranha ist hier? Ja warum? Ja follow me Komm mal Für dein Fünden I followoo Follow me Follow me Was ist das? Aber meine Gesangskünstler in Frage stellen hier Und dann sowas abliefern Oh Mann, hallo Ach come on Ich hätte gerne eine dritte Schüssel Das wäre ganz nett Dritte Schüssel? What? Ja eine dritte Schüssel Ah hier wunderbar Ich habe jetzt Piranha Ja Wo geht es denn? Ja hoch aufs Dach Wo denn? Über die Wolken Eieieie Haha What the fuck Oh mein Gott Jetzt bin ich fast ganz runter geschmiert Über die Wolken Eieieieie Eieieie 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 Eieieieie Zu dem Oktopus Ja Oktopus, ja Oktopussy Haha, ha Hab ich jetzt gemacht schon wieder Er war auch wieder sehr lustig Was ist das? Eieieieie Eieieie 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 Ihr habt alle gelacht Finde ich legit so Oh ja natürlich Hallo Hahaha Wisse, alle haben gelacht Und mal haben wir eigentlich schon drei Schlüssel? Yeah Hexiger Eieieie So war Fisch Oh mein Gott, nicht in die Wasserwecken springen. Meine Suchtelien. What the fuck ist da gerade passiert? Nee, gut. Das ist nicht passiert. Mal doch. Warum nicht? Ich bin jetzt auf dem Okapus. Ist das auch okay? Wenn der F drücken kann, ist das okay. Nee, kann ich nicht. Jetzt geh runter. Dann eher nicht so. Das ist doch der letzte, der jetzt im Nervo kriegen muss. Nein, der explodiert nicht. Das wär voll eklig. Überall komm ich hier durch. Okay, Jungs. Du musst ja nicht so helfen, ne? Du schlüsselst dann ein bisschen nach oben. Stimmt, dann geht die Platte um. Ja, stimmt. Die müssen ja dann die Waage halten, ne? Wo ist denn der dritte Schlüssel? Ich hab einen in der Hand. Ach so. Hier liegt nämlich nur einer. Sehr gut. Ich komme. Hey. 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 Chris, ne? Hallo. Wie geht's jetzt lang? Aufs Dach. Aufs Dach, bitte. Nach. Und dann auf die Rückseite. Da ist nämlich die Kiste. 3, 2, 1. Nooo. Oh, Kutzi. Mann. Kann mich nicht bewegen? Mann. Geht nicht! Oh, kutz. Ohne abhängen. Das ist schon nicht der Kölbe. Das war lustig gewesen. War ich noch da hinten irgendwo? Da drauf? Ne, ich glaube hier ist gesperrt. Ich weiß, es ist gesperrt. Ne geht's nicht lang. Danger Danger. Ich meine, da hinten. Da hinten. Nee, auf diese Berge kommst du glaube ich nicht. Kutzi, probier mal. Komm her jetzt. Ach klar, kommt uns schon da ein motivierter Assassina entgegen gejumpt. Bisschen zu Mutti, wird schon beim Begriff. Was ist hier? Wo geht's dahin? Hier geht's weiter, oder was? Hier geht's weiter, jaja. Aber da unten ist die Abkürzung. Das ist die Abkürzung, Jus. Welche Abkürzung? Wo wir vorhin waren. Die Ultraabkürzung. Ja. Cool, der hat mich wieder aufgebotet. Nein, ich hab ein halbes Herz. Rekt. Ich hab ein ganzes. GZ. 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 Ich meine nicht. Ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Ich bin nun mal nicht hier. Wenn wir irgendwas verpassen, dann wissen wir wen wir zu blamen haben. Ding, 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 ding. Der ist gerade runtergefallen. Guck mal, rechts ist noch ein Assassina. Zeigen, wie gut wir uns noch... Wie gut wir... Oh. Wie gut wir aimen können. Wie gut wir... Nice, hab ich gemacht. Haben alle gesehen, die Chancezahlen so. Was? Du sagst, du hast nichts gemacht. Du sagst, Kussi ist abgeschmiert. Schon wieder? Nein. Ah. Eben. Oh. Ähm. Ist er hier mit abgeschmiert? Mhhh. Mhhh. Lol. What the fuck. Ja, du wirst direkt hierhin geportet. Wenn einer drauf geht, nur im Boxschwamen-Modus geht's halt nicht. Aber ansonsten... Ja, aber ich wurde direkt auf das... Also... Das ganze Ding hier geportet. Das war... Crazy motherfucker-ish. Nee. Mir ist gerade zwei mehr kaputt gegangen. Das sah auch gut aus. Ja. Jawoll. Hier ging es ab, oder? Ging jetzt nicht hier noch in die Wildnis, oder wo? Pfff, du Fracksachen. Die Wildnis. Ja. Sieht ein bisschen so aus hier, ja. Wen... Wen soll die sonst fragen? Außer das Wannwissen in der Lehrbuch. Äh. Der Guido Secrets. Dich zurück, wenn ich... Ja, ja, lang. Boys, ich hab hier voll den Weg entdeckt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, da müsste doch was sein. Mega der Weg. Voll der Weg. Das ist hier... Nee, das ist hier... Voll krass. Ahaha, bitte! LOL! Haha! Gott, was machst du denn? Ich dachte, da ist der Weg. Den Scheiß jedenfalls. Ich dachte, da ist... Oh, Leute. Unten noch mein Deal. Was machst du denn, Lukas? Ja, du bist mir ja nicht hinterhergejuckt. Secret gefunden. Easy. Shop. Zack. Boom. Get. Rekt Boys. Rekt. Get. Ja, aber auf jeden. Get. Aber ich glaub, hier waren noch mehr, oder? Wo bist du denn überhaupt? Wo sollen hier... Ah, da ist der mysteriöse Shop. Ah, der hast sogar selber freigesprengt. Mein Gott. Ich bin doch schon fast stolz auf dich. Oh, was haben wir denn? Alle... Was ist das denn? Was ist das denn? Wie kostet der schon wieder 400? Toll. Hab mir das. Hm. Geil. Ich wusste irgendwas gab. 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 Und was hast du? Chris, hast du ein Stöckchen sagst du? Das hat dich jetzt echt. Ja gut, dann kommen wir dann am nächsten Checker einfach zurück. Wollen wir mal einer donaten? Hallo? Ja, ich würd ja. Aber geht halt nicht. Guck mal her, guck mal her. Account baut. Haha, sprich mit der Hand. Okay. Okay, wir kommen einfach zurück. Und dann... Also... Die neun sind wirklich voll. Die Sven finden wir noch. Das sind gerade mal... Geil. Die paar Assassinen gefunden. Und dann... Nee, nee. Gib es nicht. Die paar Assassinen. So, wir haben jetzt coole Nunchakos. Und du hast... Stock. Haha. Guck mal her, Christian. Haha. Den hätten wir nochmal voll übersehen. Er hat sogar einen Schlüssel bei. Perfekt. Wobei, nee. Hier ist ja... Hier kann ich ja noch... Keine Sphäre. Haha. Einen Schlüssel? Wait, what? Gibt's doch Truhe? Ja, es gibt doch drei. Ja, aber... NEIN! Oder meinst du, wo zum Hacker? Ich gehe jetzt einfach, bis ich... NEIN! NEIN! Oh mein Gott! Ich hab doch die... Die gute Schaufel gekauft eigentlich, oder? Guck mal, da ist schon eine Sphäre. Jetzt freuen wir uns, ich hab auch gerade eben mit einer Bombe wieder an... Gewastet. Haha. Ja, dann lass uns doch was schicken. Ne, ich buddel hier jetzt. Ja, dann buddel wir uns. Na halbe Stunde später. Ich hab's alles! Äh, ja. Gut. Oh! 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 Hallo? Sammelst du die mal ein? Hallo? Der sammelt die nicht ein? Meine Sphäre! Sprengung! Das ist ne grüne! Da! Oh! Oh! Lol! Äh, der Schlüssel liegt übrigens auf der Pfeife, ne? Ja, das geht dann auch. Das kriege ich noch irgendwie. Das gilt. Ja! Das kann nicht jeder so! Könnt ihr euch auch mal ein Scheibchen abschneiden, so! 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 Vier! Meine Sphäre! Oh! Dein! Boi! Dein! Nunchaku-sam! Du nicht! Das ist das Stöckchen-upgrade, ja? Ja! Ja, das ist das Stöckchen-upgrade! Ja! Das wollte ich aber auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm! Mir fehlen noch zwölf! Kurz hier am reinen, am reinen Dingsen ist, ne? Was hier? Wo ist da los? Ah ne, moin, da unten waren wir gerade! Ich mach mal Fästchen, ich will... Oh leil! Geht der schon? Wo ist denn überhaupt die Truhe hier, wenn wir mal fragen nach? So ganz ehrlich? Ich weiß es gerade auch nicht! Nice! Ich lass mal, ich mach mal... Ist das der Schlüssel, der vorne war? Ja! Das ist der Schlüssel, der auf der Pfeilfalle lag! Ah, hier geht's gar nicht lang! LOL! Da war der Pfeilfalle! Ach, du bist so ein Hurensohn! Ja, noch elf! Geht voran! Ah, da ist der dritte Schlüssel! Dritter schon! Ja, denk ich, oder? Du hast da unten eingedrückt! Äh, ich hab den immer wieder fallen lassen irgendwo... Au! Das war dumm! Ja, war übrigens die Pfeilfalle, wo ich gerade eben gar nicht vor bin! Nee! Gar nicht! Schöner! Hier liegt doch einer! Hast du den von oben jetzt da hingetragen? Ja, hast du... Ja! So, dann sind das jetzt zwei... Ja, und hier ist der dritte! Ach, du hast den drinnen schon... Oh! Schön! Der... Der... Der Keymaster hier! Müssen wir nur noch die... Guck mal die mal nach oben! ...und lässt ihn nicht runterfallen mit den Dingern! Wahrscheinlich ist die Kiste einfach unten, oder so... Du hast doch immer nur beim Buddle eine Chance, eine Sphäre auszugaben, oder? Du kannst das theoretisch immer weitermachen, soweit ich weiß, ja! Haha, dann ist Chris! Guck mal hier! Wedel... Oh ja, das hättest du gerne, oder? Das hättest du gerne! Haha! Guck, ich gucke da gar nicht hin! Also ich kriege aber gerade nichts mehr! Ha, hast du auch nichts verdient! Was ist denn diese verkappte Scheiße? Boah, ich bin zu dämlich! Ja... Was ist, wenn du das sagst? Wir müssen aber gleich auch nochmal auf das Dach, ne? Von dem Haus, wo die Kröten drin waren! Da ist nämlich das Wehre oben drauf! Na gut, da muss ja in erster Linie muss Chris da drüben! Ja! Aber ich krieg hier nur noch Häschen! Ha! Vielleicht soll's mal nicht so wie an derselben Stelle bundeln, Lug! Ja, gehen wir ein paar Schritte unten, aber... Oh mein Gott, ich hab die Kante gemisst! Hi! Nice! Jetzt bin ich wieder irgendwo hier unten, wo es nichts bringt! Loll! Nice! Das war gut, jetzt! Vom Spawn in die Pfeilfälle gelaufen! Das kenn ich ja gar nicht! Ich glaub ich bin Pro! Ja, ich sprich doch deinem Skill, ne? Chris, wer hat die Nunchakos und wer hat sie nicht? Elf! 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 Jetzt bin ich erstmal wieder arm! Zehn! Noch zehn! Jetzt können wir die Kiste überfinden! Ohoho! Und noch fünf! Oh, gleich wird das richtig hässlich mit der Porterei, ne? Mit den ganzen Teleportern! Wobei wir sind zu dritt, das dürfte eigentlich doch ganz chillig werden! Weil wenn wir einfach alle benutzen... Können wir auch in ein anderes Möbelhaus gehen? Boah! Ach, guck mal hier! Jetzt sind noch sieben Sphären, die ich einsammeln kann! Ist natürlich nett so. Waahhh! Du kannst bist der Hauptsblaut! Ahhh ... Jaaahhh! Joa Wh milligrams nicht spielen, Bruder! P- fino! Bei mir liegt jetzt auch zwei Sphären, aber die kannst du ja gar nicht einsammeln. Zack. Oh, ich hab'n Häschen ausgebürttelt! Ist das immer nicht so geil. Teuchteikerin Häschen... Ja, ist ihm das noch keine Sphären-Droppen, ne? Das ist echt gemein. Vier übrigens, weiß nicht, ob ich das angesagt hab. Ja, komm hier. Jetzt buddeln wir alle an der gleichen Stelle. Hier sind fünf, was wäre da rausgekommen bei mir. Na ja, cool, die kann ich auch einsammeln. Zack, meins. Ja, ich auch. Na toll. Kurz, du bist schuld, das kriegst du jetzt auch. Der hätte so weitergebuddelt, da kann ich nix für. Ich hab das ganze nicht mehr freundlich. Mann, da ist ne Lücke, das ist doch scheiße. Verkettete Stöcke heißen die. Ja, zuhauen können die. Keine Nunchukos, sondern verkettete Stöcke, mein Freund. Müssen alles schön Deutsch halten. Mein Freund. Deutsch. Das würds jetzt mal mitkommen, was soll das? Weil ich das einfach gefunden hab hier hinten, ey. Das hab ich auch total verplant. Mit Nunchukos kriegt er dir verpasst. Der ist Sekretkönig, ey. Sekretkönig, jaja. Ach, du bist auch echt ein Sekretkönig, ja. Wo geht's denn lang? Hier bin ich hier richtig? Muss ich da hier so? Nein. Musst erstmal nach oben. So, und dann bei dem Haus musst du aufpassen. Also bei dem anderen Haus. Du musst beim Haus mitten durchlaufen. Muss ich hier diesen Baumbau aufklären? Ja. 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 Du musst auf das Haus, also nicht auf das Haus drauf, sondern auf die hoberste Ebene. Dann über die Brücke, durch den Raum, bei dem Raum musst du hart aufpassen. Ich bin jetzt an der hoberste Ebene. Ja, genau. Jetzt gehen wir über die Brücke und geh in den Raum rein und dann musst du aufpassen. Durch den Raum. Mitten durch. Mitten durch. Am Rand kannst du aber durchlaufen einfach. Mitten durch. Mitten durch, Chris. Chris. Mitten durch, hab ich gesagt. Mein Gott. So, jetzt hier den Busch hoch an der Seite. Gehen wir? Ja. Puh. Solche Sprünge. Jetzt haben wir alle Kopfschmerzen. Na, nein, schade. Die hauen einfach schnell, oder? Ja. Man, ich nehme nicht mehr Schaden. Nee, hier haben mehr Reichweite. Stand da. Echt? Toll. Ja. Ja. Aber Nunchaku sind halt einfach cooler als... ... im Stock. Das geht. Ah, okay. Geht so. Chris, wenn's da so ein Pfeil fallen. Nee. Ach, da sind ja auch welche. Wie ist denn kurz hier gesprungen? No tears, only dream stars. Bisschen mehr Attention pain. Ah, hier musst du unendlich viel Attention pain. Das ist ekelhaft. Das ist voll nervig. Hä? Wo geht's denn lang? Du musst halt immer auf die Wände gucken. Ja, ja, aber... Und da die Pfeil fallen sind. Und am besten nicht reinlaufen. Das Ziel ist nicht jede einzelne davon mal aktiviert zu haben. Spoiler Alert. Ja, aber da ist doch auch eine. Wie soll ich denn... Okay. Da ist auch eine. Ich bin hier... Das ist... Alles Tripland. Da ist es halt auch wirklich. Und wir spielen halt nicht mal den Boxschwerer-Modus, oder? Da sind das doch noch mehr, wa? Hm, vor allem unsichtbare. Äh... Unsichtbare... Du wirst es ja sehen! Du wirst es sehen! Du wirst es lieben! Äh... Letzteres vielleicht eher weniger, aber... Vielleicht auch ein bisschen... Ja, das kann ich mir schon eher vorstellen. Das ist halt wirklich ein Krampf. Also Boxschwerer-Modus ist... Creme de la Creme... Ketzerei... Ketzerei... Katzen... Ich mag Katzen... Äh... Oh, Essen! Oh nein! Scheiße! Einmal nicht aufgepasst! Einmal zu schnell gelaufen! Kurz ist nur... Kurz ist nur... Warum ist hier noch ein Assassine? Der ist dir entgegengelaufen... Der ist, glaub ich, eigentlich kurz hinterher gelaufen. Ja, der konnte... Die Rippen runter. Und dann ist kurz gestorben, weil er in der Fallfalle... Warte ich aber hier unten... Gesprintet ist, mehr oder weniger... Ja, ja, komm! Ey... Was machen wir bitte? Irgendwann... Ja, dann... Komm du mit dem Gong runter... Und dann hast ich's auch erledigt. Das muss ich mit dem Gong noch mal machen... Einmal... Du musst die Faust dagegen hauen... Ja, du musst die Faust dagegen hauen... Dann musst du mit den Fallfallen mitlaufen... Sodass... Du heute nicht drauf gehst. Alter, das macht voll das Fixgeräusch, das Ding. Ich bin jetzt oben! Ist oben alles tot? Ja, ich auch. Alles! Alles! Ja, ich wollte den Kuchen holen... Wegen Full Life... Und dann... Dacht ich mir... Es ist einfacher, in die Fallfalle zu laufen... Oder in die... Oder in die... Und in die Sip... Alter, was macht das für ein Hurensohngeräusch... Wir kommen hin zu dir... Warte... Schnupsi... Warte... 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 Ich laufe lieber... Ich experimentiere... Geh außen rum... Geh außen rum... Ja, aber da ist ne Fallfalle... Ja, gleich nicht mehr... Du musst... Christi, bevor der Stein da ist, musst du in die Fallfalle... Ach, Chris... Bin ich doch schon einmal... Ja, aber... Vorher... Ja... Jetzt gucken wir mal hier gerade... Ist hier noch irgendwas? Wir müssen auf jeden Fall noch aufs Dach vom anderen Gebäude... Wir haben auch noch nicht alles... Wir haben... Uns fehlt der Baumstumpf noch... Ich weiß nicht genau, wo er war... Aber... Das ist ne gute Frage... Obwohl der bitte sein soll... Ah ja... Hier auf dem Dach ist auch noch Zeug... Zeug... Alle... Und da vorne auf dem Dach auch noch... Ah ja... Sind wir da denn schon drauf gekommen? Irgendwie...